Wie steht ihr es mit der Schlacht? Schlecht. Die Lücken kommen voran. Sieht nicht gut aus, Herrs. Gut. Wir probieren das nochmal. Der alte Plan, Sie wissen schon. Ich weiß, ja, aber es wird eine Schwierigkeit geben. Wir haben zu wenig Gefangene. Zu wenig Gefangene. Zu wenig. Egal. Dann unsere eigenen Bauern. Die eigenen. Die eigenen. Alle zu uns. Die eigenen. Die eigenen. Wir befehlen. Und wir halten. Und diesen beschissenen Krav Juge voll! Gew contribuçon! Und ruhig wieder unterwegs.. Und du auch ein Traum! Habt ihr mir Princess? Und, ging der Plan auf? Wir hören das selbst durch den Fliegen. Sehr gut. Sehr gut. Wie ging es vor? Ich denke, wir haben den Schlag gewonnen. Die Fände sind weg. Wir haben gesiegt. Sehr gut gemacht, Herr Adiodant. Ich danke euch. Abtreten. Mir befehlt. Ah, eine Nachricht. Eine Brieftaube mit einer Nachricht. Ja, mal schauen. Raus. Danke. Herr Graf, etc. etc. bla bla. Ihre Frau ist gestorben. Um Gottes Willen, meine Frau ist gestorben. Kann das denn am Ende sogar stimmen? Oh, nein! Ich bin erdrückt. Dieser Schmerz. Oh, jetzt aus. Du, Gott, hast mir das Beste meines Lebens genommen. Ich brauche keinen Gott. Ich habe das alles selber gemacht. Ich brauche diesen Dingen. Auch dich brauche ich nicht. Du dummer Mönch. Ich brauche das alles nicht. Wir brauchen diesen Gott nicht. Und du, hör auf! Mit Gott. Ab jetzt bin ich... Graf. Dracula. Ja, der böse Graf Dracula. Ja, der böse Graf Dracula. Es gibt keinen Gott. Ich werde mich rächen. Es tut mir leid. Wohin? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Dieser Graf Dracula verlangt. Ich solle zu ihm gehen, ihn besuchen und irgendein Haus für ihn suchen. Ich weiß es nicht. Es ist meine Aufgabe. Ich muss es tun. Aber das musst du doch nicht tun. Liebling, es ist meine Arbeit. Es ist meine Bestimmung. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Aber ich komme ja wieder. Aber wann? Es wird nicht lange dauern. Es wird nicht lange dauern. Ich verspreche dir, ich komme wieder. Es ist ein weiter Weg. Ja? Ich werde schon heute aufbrechen. Dann bin ich vielleicht in einer Woche wieder zurück. Okay. Mein Schatz, ich verspreche dir, ich komme wieder. Wir müssen stark sein. Warte ernst für Ellen auf mich und mach keinen Unfug. Nein. Okay. Mir bleibt nichts erspart. Überhaupt nichts. Christian. Komm bald wieder. Halt dein Versprechen. Du 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 Christian Parker, angenehm. Ich bin hier der Graf des Hauses, war cool. Ich bitte Sie hinein, wir nehmen einen Schluck ein. Was für ein Silzerlauer. Puff. Guten Tag. Guten Tag. Ich habe auf Sie schon gewartet. Sehen Sie, das ist Ihr Arbeitsplatz. Setzen Sie sich. Ich habe schon eine total moderne Schreibmaschine für Sie vorbereitet. Sehen Sie, mit Enter und Space. Das ist das Papier, dann schreiben Sie das Buch ab. Los. Ja, oder? Und gehen Sie dann hin und wieder schlafen. Ich schaue in die Stadt, ich muss etwas erledigen. Puff. Die liebte Mina. Mein Herz ist schwer. Dieser Ort bedrückt mich. Der Graf ist ein unheimlicher Mensch. Oder ist er überhaupt ein Mensch? Ist er nicht vielmehr etwas anderes? In Liebe, Dein Brüschchen. Hoffentlich wird Sie dieser Brief jemals erreichen. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Auf einem Friedhof? Wie komme ich hierher? Oh Gott. Oh Gott. Hoffentlich bin ich da wieder raus. Ich muss erst mal kurz rasten. Mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ist das denn das? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott! Ich heuh... Duu duu duuuu Duu 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 duu... Duuauuuu... Oh mein Gott Die Träume werden immer schlimmer Und ich habe das Gefühl, ich bin nicht allein. Schlaufe! 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 Lass ab von ihm, du Höhenschlampe! Ich brauche ihn noch. Schlaf. Schlaufe! Schlaufe! Hörst du sie? Die Kinder der Nacht? Schlaufe! So herrliche Musik sie doch machen. Schlaufe! 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 Oh mein Gott. Fräulein, wie heißen Sie denn? Nina. Nina. Ich habe Ihnen was mitgebracht. Das sind Blumen. Und? Sind Sie entzückt? Wissen Sie, Fräulein, das Leben ist unergründlich. Und jetzt muss ich wieder gehen. Wir werden uns sehen. Der Heim ist voller Mann. Und zur Reise. So interessant. Einen Tag. Wieder ein Tag später. Oh, welch interessantes Liebesspiel. Oh, wie ist das interessant? Noch ein Tag später. Oh, das ist進ich. Oh, ja. Oh, ja. Oh. 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 Ich bin ein Korn, aber ich muss die Leute aus meinem Dorf wangen, um den Blutsauger zu vernichten. Oh mein Gott, Moment, ich muss das Fenster schließen. Wofür? Aber jetzt. Mit dem hast du nicht gerechnet, dass ich jetzt komme? Doch. Freust du dich, Fräulein, du schönste aller Fräuleins? Ja schon, aber... Na komm her, meine Opus. Oh, du hübsche Malz. Sieh mich an. Ja. Oh, Willi, wie ich dich begehre. Du darfst weg. Nein. Ich will nur dich. Komm, wir gehen in mein Schloss, wir immer zusammen. Ich weiß nicht. Oh doch, oh doch. Mann. 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 Da vorne kommt ein gefährlicher Pass! Dort kriegen wir ihn! Ok, schneller! Höher! Ja! Schneller! Ja! 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 Um Gottes Willen! Schneller! 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 Ja! Da ist er! Verfolg den! Wer kriegt? Da ist er! Ja! Jetzt kannst du uns nicht da empfinden! Huh! Ja! Was? Ja, mein! Köpf mir ihn! Köpf mir ihn! Ich hab seinen Kopf! Ich hab ihn gekämpft! Ja! Jetzt ist Schluss mit diesem Monster Teufel! Ausgeburt der Hölle! Weg mit ihm! Juhu! Humpala! 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 Humpala!